Ich will natürlich eine Trophäe machen und habe Angst, dass die Trophäe deswegen flöten gehen. Ähm, ich spiele den Felix, sehe ich gerade. Ich habe keine... Gar nichts dabei. Also ich habe keinen Tabs-Verdacht, ich habe keine... Warum spielst du Felix? Oh, hallo. Hi. Ah! Ich geh mal... Michael! Ah, geh weg! Geh weg!